Wegen des Weins, den ich holen sollte. Und? Hast du ihn? Natürlich. Du bist wirklich in den Ratskeller eingebrochen? Gewiss doch. Ich hoffe, der Wein ist wirklich all den Ärger wert. Ich glaub's nicht. Du hast das wirklich durchgezogen? Du bist verrückt. Aber Herr, du hast es befohlen. Herr Gott, Heinrich, musst du denn alles so ernst nehmen? Mal sehen, ob der Wein so gut ist, wie du sagst. Worauf wartest du? Auf den Segen des Pfarrers? Mach schon. Unter damit. Ah, das nenne ich Wein. Roter Silvaner. Nichts im Vergleich zu der Plörre, die Sie in dieser sonst so herrlichen Einrichtung ausschenken. Das erkennt man gleich beim ersten Schlag, nicht wahr? Ja, Herr. Roter Silvaner halt. Der Geschmack ist unverkennbar. Der Geschmack ist unverkennbar. Der Geschmack ist unverkennbar. Es reicht, Herr Hans. Ich bin nicht wie die anderen. Ich weiß, Clara. Du bist anders. Du verdienst mehr. Du verdienst Blumen. Was? Sag mir, welche Blumen magst du denn so? Blumen, also. Eigentlich alle möglichen. Löwenzahn, Salbei, Knöterich und Mohnblumen. Ja, Mohnblumen mag ich besonders gern. Heinrich, hast du gehört? Was? Das Fräulein verlangt Löwenzahn, Salbei und Kohlrüben? Nein, scheiße. Nein, nein. Knöterich und Mohnblumen. Was? Soll ich jetzt etwa Blumenklippen gehen? Ich weiß, ich weiß. Ich schicke dich abermals los. Aber wenn du's machst, kriegst du 16,90 Groschen. So viel? Na gut, ich mach es.